Ach, der war tot! Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Wir haben jetzt mal schon die ersten 5 Level gespielt und sind jetzt hier einfach mal... machen wir einfach mal weiter hier. Ja. Hier haben wir jetzt mal schon aufgehört. Und ich fahr jetzt mal wieder gegen die Bombe hier, aber diesmal schärfe ich mich nicht davon. Und dann geht's hier weiter. Da ist ein Wrecking Ball. Hier ist ein Fall nach da. Und da bin ich tot. Ja. Ja, gut! Okay, nach vorne. Geht so, hier vorwärts wieder. Und... Ja, ne. Gehen wir weiter! Nein! Gehen wir weiter! Ach! Ach, scheiße. Okay. So. Noch ein Versuch. Also ich muss erstmal weiterfahren, dann nach hinten. Nach links. Und dann wieder nach rechts. Okay. Dann hier runter. Auf ein Hebe-Teil. Okay. So ein Fall. Nein! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe runter! Ja. Ich bin anscheinend tot. Wieder runter hier. Okay. Jetzt wieder hier drauf. Jetzt nach oben. Und jetzt gleich ein bisschen früher nach rechts. So ungefähr, ja. Und jetzt wieder nach... Nochmal nach rechts. Okay. Vielleicht hier wieder drauf. Okay, jetzt sind da zwei. Und... Ah, jetzt muss man wechseln jetzt, ne? Nein! Nein! Komm zurück, du scheiß... Ach, Mann! Ich mache hier noch rein. Hier. Hier sind jetzt wieder die zwei. Aber da muss man wechseln. Nein! Kannst du, du kannst zurück! Ach, Mann! Fahre ich wieder hier auch in die Hine. Ja, und dann gibt es zwei drauf hier. Jetzt wird es wieder kompliziert. Erster Wechsel. Zweiter Wechsel. Oh, gut geschafft. Und... Das war's. Okay. Nach rechts wieder. Wollte voll... Da war das Victory, oder? Nein, da war das Victory. Das wäre eine Bombe. Aber das war Victory. Hm? Ach so, man muss hier... Das Ding hier drauf. Ah! Ja! Victory! Ah! Okay. Gut, next level. Das ist das hier. Ja. Sieht ihm das an... Fuck. Sieht ihm das an aus anscheinend... Okay. Gelbe kommen... So, okay. Und eine rote. Die verschwindet irgendwie. Okay, was ist jetzt? Oh. Okay, blaue. Wechseln dann. Wo ist denn eine rote? Eine rote. Ach, scheiße. Schnell, 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 schnell. Oh, gut. Was ist jetzt hier? Ach, da ist so eine blaue. Scheiße, okay. Da oben stehe ich dann in Sachen. Jetzt komm, komm! Ja! Geschafft! Nein! Kannst du... Ach, Mann! Ähm. Ja, gut. Okay, davon. Ah, okay. Auf das rote, auf das blaue. Da runter. Auf das rote. Weiter, weiter, ja. Da. Da. Mann! Schon wieder! Nein! Hm. Oh, wieder hoch. Oh, lol. Lol, lol. Ja! Wo kommt wieder das Spiel aus? Ah! Nein! Okay, der ist rot. Ach, scheiße. Scheiße, was knapp ist. Nein! Ja, ich bin mal wieder Tor anschein, glaube ich jetzt. Oder ich schaff's noch, ich schaff's noch! Ja, ich schaff's noch! Ich lebe noch! Ja! Ich hab da irgendwie mein Bein irgendwie grad an meinem... Das sieht grad irgendwie leicht... ...leicht interessant aus. Als wenn man... Ja! Ich... Ich mach... Ich mach weiter. Die roten Teile... Diesmal schaff ich's vielleicht sogar die roten Teile zu überleben? Ja! Ja! Ich hab das Bringen nicht überlebt! Nein! Ich hab das Bringen nicht überlebt! Hm. Ja. Na ja. Komm schon! Ja! Oh, das ist knapp. Scheiße. Yeah! Ja! Ja! Okay, du bist blauer durch. Da kam kein Min hinter mir her. Aber... Aber okay, nicht mehr jetzt hier. Da sind Vitamine da unten. Aber die töten mich doch jetzt, hä? Ach, okay. Töten mich nicht. Aber... Meins aber jetzt. Aber... Ich hab mich nicht töten. Das ist schon mal gut. Ähm... Was ist jetzt hier? Oder wieder ein... Nein, es dreht sich! Es dreht sich! Es dreht sich! Komm schon! Komm schon! Führ mich hoch! Führ mich hoch! Du Scheiße! Ja, okay. Mein Fuß ist wieder abbrochen. Ach, nein! Mein, mein, nein! Oh, der Sequenz geschaut habe, war ich nicht. Jetzt wieder aufs rote. Überleben. Okay, jetzt ist blau. Ich kann mal durchfahren. So, gut. Wieder hier hoch. Dagegen. Hier durch. Der Helm bleibt immer noch. Das sieht dumm aus. Okay. So, einmal hier durch. Und den Helm besten drüber springen. Okay, jetzt wird es wieder kompliziert. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Bis zum nächsten Mal. NIEIN! 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 Willst du mich überraschen? Ja! N-nein! NIEIN! 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 Was ist das für ein Scheiß, Mann? Jetzt ist das nächste auch noch. Und jetzt kann man losfahren. Gut. So, jetzt wieder hier hoch. Dagegen. Da geradeaus. Okay, jetzt wieder hier fallen lassen. So. Okay, wieder hier an der langen Bahn. Und jetzt sind da diese Teile wieder. Ja, das Victree Star. Ja, ich weiß, ich weiß, ich hab vom Victree die ganze Zeit, Mann. Alles klar. Okay. Los, Level. Ja, gut. Oh, hey, lol. Oh. Okay, da war gerade wieder Währung. Auch ein bisschen wieder hoch hier. Und wieder vorwärts. Ich weiß nicht, wie ein Minenspring. Der auch. Okay, hier runter. Jetzt sind da so Messer, die sich irgendwie drehen oder so. Mal vorbeifahren. So, gut. Noch mal wieder drei. Nein. Nein. Okay. Ah, war knapp. Ist halt fast runtergefallen. Das war lustig. Stimmt. Aber ist halt nicht runtergefallen. Schade. Über die Minen drüber springen. Da. Ja, natürlich kommt es einfach mit runter. Ah, nein. Ich bin tot. Loil, loil, loil. Jetzt. Ah, loil. Okay. Letzte wieder. Nein. Du scheiß. Nein. Wieso presst mich das Ding da raus, den? Diese scheiß presst du. Okay, wieder eine Nerfaltereine. Das kommt bis hier. Oh, okay. Wird abgeschossen, aber hat einfach nicht so gebraucht. Ja. Einfach nicht so gebraucht. Ja. Ah, hier flug mich in den Arsch. Alles klar. Langfahren. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen mehr gecuttet auch. Einfach. Weil ich so schlecht bin hier. Aber, naja. Okay, ein Stopp. Ich habe es geschafft, lol. Nice. Nein, spreng. Nein, ich habe nicht mehr den Sprengknopf gedrückt. Was für den Minen in den Arsch bekommen? Oder auch nicht. Okay. Kann ich da schieben, ich mache den Helm so? Getroffen, getroffen. Ja, getroffen, lol. Wo muss ich jetzt hin? Darunter. Ah, okay. Oh, lol. Okay. Slow muss ich da. Okay. Boom, einfach mal ein. Alles klar, was kommt hier. Ja! Neue Bestzeit und Victory! Lol. Das ist mir extrem nahe. Aber jetzt kommt so ein Unkunftslevel hier, ne? Na, ich muss jetzt hier langsam vorsichtig lang... Ah, ich bin tot. Was ist das hier jetzt? Das ist ein Totzeichen. Das stellt euch schon ein bisschen los. Oh, ja. Was passiert jetzt? Ah, er wird aufges... Ja, gut. Das sieht auch interessant aus. Naja, dann machen wir mal wieder hier wiederholen. Von vorne. Ja. Da auch drüber springen und da... Okay, okay. Das war jetzt knapp. Nein! Ah! Das springt auch genau drauf, ne? Das ist auch nicht so... Das ist das dumme Kind. Das war kein Kind. Das ist vielleicht auch nicht dumm. Eigentlich glaube ich, der ist dumm. Der kann mal jetzt, ne? Ist ja nur eine Figur, die ist teuer. Also, ja. Nicht das dumme Kind, ne? Naja. Ist ja auch egal. So, okay. Geschafft. Was kommt jetzt? Das ist ein Ding mit Stacheln. Das war vielleicht nicht so. Gut, das ist noch ein Ding mit Stacheln. Das ist nicht gut. Nein! Drüber! 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 Ich leb noch! Ich leb noch! Ja! Ich hab wieder mal einen Stachel da stecken. Okay. So. Hier wieder drüber springen. Da auch mal drüber springen. Das kann ich jetzt sein Ernst. Man ist einfach da gestorben. Oh, Mann. Oh, ich leb. Ich leb noch nicht mehr, aber ich hinde. Was? Okay, ich denke mir auf das Arsch fest. Ja, okay. Okay, überspringen wieder. Gut, jetzt habe ich. Ich hab's. Ich hab's wieder. Okay, ich bin wieder unten jetzt. Da lade. Ah, gut. Langsam. Überspringen. Stehen. Überspringen. Nein! Oh, war knapp wieder. Das war richtig knapp wieder. Gut, der Fall. Okay. Ich bin wieder unten. Ah, okay. Okay. Ein bisschen mehr boosten. Ein bisschen fliegen. Ein bisschen gegen die Wand klatschen. Weiterfahren. Okay. Mein Fuß ist ab. Kann man ja machen. Und hoch. Und weiterfahren. Oh, das ist... Okay, das ist eine große... Plattform. Alles klar, okay. Ist gar nicht einfach hier. Oh, 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 nein, nein, nein. Nein! Wie war denn da so ein scheiß Ding? Okay. Überlebt, überlebt, überlebt. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm, 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 komm. Ja, ja. LOL. Überlebt. Ja. Kann man auch machen. Okay, Fuß ist zwar wieder ab, aber... Und mein Helm ist weg, aber naja. Ist ja egal. Okay, ich schaff's jetzt. Komm schon. Ja. Gut. Speed. Spring. Wurf. Ah, war knapp jetzt, aber man. Wenn ich jetzt wieder das... Ah, gut. Gut, das war jetzt aber. Es ist wieder diese... Ich hab keine Beine mehr. Und deswegen sterbe ich bei Stacheln relativ schnell. Das hatten wir gleich schon mal in dem letzten Episode-Video, wo ich, äh, das Selbstgebotische-Level gespielt hab. Komm, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Sowohl auch die kann ich zurückfahren, weil ich keine Weine hab. Dings. Und ich häng irgendwie, ja, okay, das Ding kommt nicht weiter. Ähm... Es presst mich grad irgendwie ein bisschen zusammenbringen. Gut, wieder geschafft hier. Wieder Speed. Springen. Und ja, geschafft. Gut, hier. Nichts. Nichts verletzt. Loll. Ach, okay, ich fußt es ab jetzt aber. Das ist doch schon fast unten so geschafft. Loll. Aber jetzt krieg der Fuß an. Am, äh... Zwischenbein und Segway. Naja, okay, jetzt kommt der Welt. Jetzt ist das Stoppflitter, ne? Okay, geschafft, gut. Ja, gut. Schaut gut aus, klar. Okay. Hier hoch. Wo man kommt jetzt? Und dann an Weg durch. Noch ne Bestzeit. Entschuldigung, mit 59 Sekunden und irgendwas. Ja, gut. Okay, der fällt wieder runter, da. Alles klar. Nicht noch mal hier. Äh, lol. Einfach mal noch mal da reinfliegen. Kann man aber machen. Okay, nächstes Level. Das ist jetzt das zehnte, also das letzte für diese Folge. Was ist denn hier? So, jetzt geht's an Herrn. Er hat mich geprankt. Ah, das ist klar. Okay, hier. Und jetzt kommt hier. Und, äh... Loll, das ist ein Weg. Aber jetzt ein paar Pfeile irgendwie da. Und auch noch eine Mine. Alles klar. Das ist übrigens ein brutales Level hier. Ist ja voll lustig. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ist doch nicht dein... Oh, fuck. Nächst machen. Oh, okay. Nächst machen geht auch. Aber das stimmt mich nur tot. Das ist ja scheiße. Also, um nichts machen, außer fahren wir nicht jetzt. Also, ne... Ah, nein, 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 nein. Ah, ich bin... Ich bin sequertet worden. Naja, okay. Laufern vorne. Okay. Hier, hier. Ja! Oh, geschafft. Gut. Ah, das ist ein Aufzug. Okay, vorwärts, vorwärts. Oder Miene. Nein, eine Miene. Kannst du mal mit Platzfahrer? Das ist nämlich... Ah, scheiße, meine... Ja, okay. Jetzt ist irgendwie ein Arm da hinten und da ist ein bisschen was von... Ein bisschen was ist, glaube ich, auch so ganz anders weggeflogen. Wo kommen? Ich muss nicht auf den Ding darauf gehen, dass das Ding noch nicht weggeht. Und hier hoch. Jetzt kommen hier zwei... Ja, jetzt kommen hier zwei Teile. Genau hier. Okay. Nein, nein, nein. So, hier wieder. So. Okay, zu und auf. Hä? Hä? Was? Was? Wie soll man das denn schaffen? Jetzt hat... Abschließt mich nicht. Ich hab schießen, ich hab schießen, ich hab schießen, ich hab schießen. Okay. Ja! Ah, gut, geschafft, geschafft. Was kommt jetzt? Ein Teile. Nein! 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 Ach! Das ist was, was ist denn? Das ist bei dir schlecht. Nein! Nein! Ach! Ich bin wieder tot. Oh! Ah! Che mulr, komm 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 komm! Oh, oben rein, oben rein! Ja komm 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 komm, komm komm komm, und schaffst du da! Und dann mach ich oben! Ach, der war tot! gut so nein nein es liegt noch ich bin nur noch irgendwie mit meinem das ist sie einfach so ganz ja das war jetzt aber ein bisschen ähm ja die Wiederholung war auf jeden Fall ja das ist dann auch so dass da diese Würbe so rausgerissen wurde ach ist ja nicht so dass ich noch was anderes vorhab ich glaube ich habe mir gestürzt das gerade ab ne sie gerade irgendwie so ausgefindet das irgendwie gleich abschmiert 2.000 Jahre später 0,03 Sekunden von der zweite Bestzeit ich glaube nicht dass das richtig ist das kann irgendwann nicht so ganz deutlich sein wieso sagt man es weiter besser hier muss ich das schon mal irgendwann schneller geschafft haben ja es ist abgeschnürt aber jetzt ist wieder los so und apropos man kann ja auch ganz viel Level selber machen hier ich habe immer ganz viel Level schon selber gemacht hier kann man ja sehen hier sind das ein paar und wenn ich wollte dass ich mal davon auch welche Spiele auch mal in der nächsten Folge dann könnte ich mir erstmal in den Kommentaren schreiben ja ja man was ähm was tut der da gerade ja geschafft ok ja ja dann ist mein kurzer Aufblick aufs nächste Mal wieder das ist wieder ein Gerüst Level anscheinend und man hat hier ein Gerüst ja genau dann kann man hier ähm bisschen sterben so wie immer eigentlich ist ja ich muss nur toll ist ja toll dann würde ich sagen ich hoffe es hat euch gefallen und ja dann schreibt in den Kommentaren ob ich die mal spielen soll ja hier ganz tolle Level sind das hier die ich habe so und da kann ich einfach mal hinschreiben und die sind hier zwar nicht so gut weil der Level-ID tust halt einfach nur so dass man hier so bisschen Scheiße hinmachen kann da sind nicht so viele Sachen so relativ leicht gehalten hier kann man hier so starten und dann kann man hier so wegfliegen und sterben wieder das ist toll ja also einfach mal in den Kommentaren schreiben und dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder und tschüss bis zum nächsten Mal